die beheizbare outdoorweste von kemi moto vorstellen und im vorderen bereich das medium beste besteht aus vier heizzonen aus karbonfaserplatten hallo leute hier ist wieder euer lime and herzlich willkommen zum nächsten video heute wollen wir euch die beheizbare outdoorweste von kemi moto vorstellen was kommt in unserem video vor natürlich die vorstellung die funktionalität der weste selbstverständlich werden wir auch ein live test machen also das heißt wir werden uns aufs bike noch schwingen und da ist ja eine damenweste wird es mein fröstelchen mein schatz vorstellen wir haben uns also für die damenweste entschieden natürlich den live test und in gewohnter manier selbstverständlich auch die vor und nachteile der weste wenn es nachteile gibt wir werden mal schauen und werden die euch dann natürlich zum schluss vorstellen und auch wie ist denn die akkulaufzeit hier wird dann viel beschrieben in welcher stufe welche akkulaufzeit und all das wollen wir euch in diesem video zeigen wünschen euch viel spaß und für die fröstelchen jetzt beginnen nämlich die temperaturen also langsam runter zu gehen ab und zu trotzdem noch schönes wetter aber halt bloß bei 8 9 oder 10 grad oder noch kälter und man möchte vielleicht trotzdem fahren wichtig ist es ist eine outdoorweste also nicht nur zum biken geeignet sondern auch für andere auto aktivitäten und all das zeigen wir euch in diesem video viel spaß schauen wir uns mal den lieferumfang an klar die weste an sich dann habe ich noch ein handbuch dabei ich habe noch eine powerbank mit 10.000 milliampere stunden leistung natürlich das ladekabel für die powerbank und ich habe noch eine transport tasche in dem ich dann eben die weste auch verstauen kann rum schnallen kann und mit mir tragen kann ja die weste besteht aus vier heizzonen aus karbonfaserplatten ja zum einen hier oben quasi hinten an den schulterblättern ja dann sieht man eben hier im rückenbereich hier unten an den nieren dann eben vorne ist die zweite zone hier auch für den bauchbereich klar wenn ich sie zu macht und hier oben im kragen natürlich super klasse aufgeteilt oder beziehungsweise die abstufungen der verschiedenen heizzonen wir haben den hot bereich der soll zwischen 55 und 65 grad heiß werden oder warm werden und soll so drei bis vier stunden die akkulaufzeit sein der mittlere bereich also der mittelbereich der blaue bereich geht dann eben akkulaufzeit von fünf bis sechs stunden und soll zwischen 50 und 55 grad warm werden und der niedrigste bereich ist der grüne bereich der soll die akkulaufzeit sechs bis acht stunden sein und die temperatur zwischen 40 und 50 grad natürlich können wir das nicht messen ja wir haben jetzt kein messgerät wo man die wärme messen können aber bis wird es dann natürlich live auch vorführen wie weit die war also die wärme die unterschiedliche wärme dann auch eben spürbar ist ja was ich auch total schick findet ist das eingearbeitete der eingearbeitete stretch bereich das heißt die weste den sich noch richtig schön auch die verarbeitung der weste sieht auf den ersten blick jetzt auch sehr sehr gut aus schön verarbeitet hier haben wir dann noch die tasche für die power bank da kommen wir aber gleich zu wenn wir zur funktionalität kommen da ist dann auch der anschluss dran und das werden wir euch jetzt zeigen wie funktioniert dann die weste überhaupt welche funktionalität habe ich was kann ich unterschiedlich einstellen seid gespannt also ich freue mich darauf dass ich die akku testen kann weil gerade weil ich so verfroren bin habe ich schon baba aber wäre vielleicht auch was für dich wir testen wir haben jetzt schon mal die power bank verbunden cool ist die hat eine akku anzeige zeige mal kurz die hatte gewicht von 164 gramm die power bank das merkt man natürlich schon klar zu wenn man die jacke mal zu das finde ich hatte ja das finde ich toll dass sie bis ganz oben hinzugeht das heißt der halsbereich ist komplett geschützt super was noch cool ist in der bedienungsanleitung ist ein qr code drin da kann man sich die app aufs handy laden geht bei apple und bei android und kann die weste 8 über das smartphone steuern jetzt schalten wir mal so an zwei sekunde drücken heizweste ist an momentan standard einstellung alles auf high für kühle tage jetzt kann man sagen das war rückenbereich da will ich es high haben im nacken möchte ich es eher auf grün grün war low low und im vorderen bereich auf medium jetzt haben wir vier heizzonen also hier die rückenpartie schulterpartie nacken und bauchbereich steuern kann man nur drei weil rücken und schulter hängt natürlich in einem point zusammen jetzt haben wir das ganze schon mal aufs handy rauf geladen das sind auch die einstellungen die ich hier vorgenommen habe ich kann natürlich rein nur über die handy steuerung sage ich möchte da beim nacken bereich auf medium habe und dann schaltet das hier auf medium um ich möchte im rückenbereich auf low haben dann schaltet das direkt hier um also über das handy das zu steuern ist natürlich super da muss ich nie meine bikerjacke aufmachen sondern hol einfach mein smartphone raus und sag ding 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 kann das licht darüber an und ausschalten ist licht aus kann es wieder an machen und ich kann natürlich auch die ganze weste damit ausschalten wenn ich jetzt hier drauf gehe ist die heizfunktion beendet weste ist aus alles normal jetzt würde ich sagen wir testen die heizwäsche einfach mal aus kalt genug ist so mit elf grad also mir ist schon kühl ich bin froh dass ich sie habe dann testen wir wo hält der akku wirklich wenn ich es auf high betrieb habe diese drei bis vier stunden oder auf medium die was was vier bis sechs stunde und auf low sechs bis acht stunden wir machen für jede heizstufe den härtetest ob der akku so lange hält also spatz würde ich sagen gehen wir auf die straße testen es aus dann würde ich sagen wir gehen in den live testen wir fangen mit stufe eins an low machen wir gleich mal überall auf grün was ich natürlich oben noch vergessen habe zu sagen man kann auch bestimmte regionen komplett ausschalten wenn man länger drauf bleibt dann ist die partie das ist in dem fall bauch partie komplett ausgeschaltet jetzt würde sie nur im rücken und am nacken heizen und jetzt sage ich starte mal so jetzt haben wir die weste auf low eingestellt auf den grünen bereich nach den ersten meter kann man zumindest sagen die rücken partie wird auch durch das was der rückenprotektor drauf drückt gut gewärmt im nacken merke ich es weniger aber im allgemeinen ist es jetzt echt nicht kühl sondern warm jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen schneller und gucken mal wie so das ist wenn der wind jetzt noch mit auf die ganzen gegebenheiten wirken wind mag überhaupt gar nicht bei meiner jacke mit innen futter ist es so dass im reißverschluss bereich das futter nicht nicht durchgehend ist da ist ein klarer vorteil von der weste dass die komplett zu ist das heißt ich spüre nicht mal im vorderen bereich irgendwie dass der kälte wind durchkommt also bis jetzt nicht so schlecht dann würde ich sagen testen wir mal medium jetzt haben wir es auf dreimal blau eingestellt medium jetzt schauen wir mal wie es jetzt ist auf geht's zum vortest definitiv wird es direkt heißer im rückenbereich wow man könnte direkt meinen es ist auf rot gestellt also momentan will ich mir das gerade gar nicht ausmoden wie es jetzt auf rot ist also das ist schon ein megaunterschied zu diesem low also das medium magst direkt und wir haben jetzt außertemperatur von 13 grad gleich kommt die sonne bissel raus aber trotzdem merkt man einfach diese heize einsätze rücken wird gut warm im nacken mag ich es auch deutlich mehr wie in der low stufe und im bauchbereich jetzt wo ich mich nach vorne ein bisserl neig merkt man es auch also ich wäre echt sehr sehr gut gewärmt von außen kommt gar nichts an mich durch am hellen ja ich glaube jetzt bräuchte ich noch eine heizung und dann wäre es schon fast perfekt also ich muss sagen bei ihrer temperatur so ich sage jetzt einfach mal ganz grob so so 12 bis 14 grad ist die mediumstufe während der fahrt bis jetzt echt cool fahren macht spaß angenehm es drückt auch nicht selbst der akku weil der ja da in der tasche neben sitzt aber dann spürst du überhaupt gar nicht also einschränkung habe ich momentan die akkulaufzeit das noch hält was sie verspricht ganz super absolut aber jetzt bin ich wirklich mal gespannt wie so der test auf high ist auf roter stufe ob ich danach wie glühwürmchen da raus oder ob er wirklich sagen kann die rote stufe ich so von temperaturen minus fünf bis plus fünf kern und wir werden es gleich ausprobieren so jetzt schalten wir auf rot ich muss im spiegel gucken sonst sehe ich nicht rot 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 high voltage oder wie sich das nennt wir probieren es auch wow fuck das schneit aber du merkst direkt wie die heizstufe losgeht ja 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 du merkst dass er power so jetzt haben wir das gute ding auf rot ich merke direkt schon den boost mein rücken ist ziemlich heiß im nacken muss ich sagen während der fahrt jetzt sehr angenehm ich glaube im nacken würde ich sagen definitiv froh lassen also bis jetzt fühlt sich der nacken richtig cool an im bauchbereich geht es auch weil wahrscheinlich die jacke nicht ganz so dicht an liegt wie am rücker also am rücker ist richtig dran gepresst durch die rücke protektor alterlich ich kann ja sagen das ist eine wärmeentwicklung wow also wenn ich jetzt hat mir das persönlich auf meine bedürfnisse einstellen könnte würde ich der nacken auf rot lassen weil das tut gerade echt richtig gut wie so ein wohlfühlsalon fühlt sich an und im rücker würde ich tatsächlich zwischen low und medium wählen ich denke da kommt sie bis auf die außertemperatur drauf an und im bauchbereich zwischen medium und medium und medium jetzt haben wir das wort medium und high ja ich glaube so würde ich nur individuell einstelle aber man ich muss ganz ehrlich sagen man merkt die drei verschiedenen heizstufen ich glaube daheim wenn du das so in deinem wohnbereich ausprobiert spüre ich das nicht so extrem aber hier jetzt auf dem bike wow also sind die temperaturunterschiede von den drei stufen erst sehr spürbar und jetzt geht es natürlich darum den akku laufzeit test zu machen hier sind wir wieder von unserem dauertest wir haben jetzt die letzten tage die jacke wirklich getestet auf die verschiedenen drei heizstufen kann ich sagen auf der hot auf der high stufe hat die weste drei stunden gehalten knapp drei stunden auf der mittleren also die blaue zone drei stunden 45 und auf der niedrigen auf der grünen vier stunden 45 also soweit in ordnung nicht ganz den angaben entsprechend wie es beschrieben ist aber trotzdem in ordnung gut kommen wir noch auf die weiteren vorteile zum einen finde ich super dass sie vier heizzonen hat das heißt hier im nackenbereich schul hinterer schulterbereich oberrücken nierenbereich bauch bzw handwärmer das ganze kann ich in drei unterschiedlichen zonen schalten ja hier nicht ganz auf die vier sondern in drei das heißt nackenbereich extra rückenbereich und bauchbereich kann ich separat schalten und kann es auch unterschiedlich schalten ja kann auch sagen nacken möchte ich heiß rücken möchte ich medium und bauch möchte ich low zum beispiel also das finde ich richtig gut die verarbeitung ist klasse von der jacke ja die nähte alles sauber verarbeitet es ist ja wie so eine kleine steppweste gemacht ja auch der stretch bereich der hier eingearbeitet ist das heißt die weste sollte ja eng anliegen dass man dann auch die wärme direkt auf der oberen kleidung im t-shirt oder so spürt das finde ich richtig toll auch die tasche für die powerbank gut verarbeitet sauber aufgehoben alles klasse was ich auch noch super find dass man es anstatt direkt an der weste auch über eine app steuern kann haben wir euch am anfang gezeigt die app ist schnell runterladbar heißt ich kann das ganze auch eben über die app steuern was ich auch super finde ist diese tasche in der man dann die jacke oder die weste verstauen kann und das zeigen wir euch dann noch zum schluss wie schnell es geht und verstaut ist dann kann man sich das auch noch umbinden also richtig klasse super also das sind auf jeden fall mal die vorteile und nachteile kommen wir gleich noch gibt sie viel kann ich gleich sagen gut aber jetzt zu bies wie hat sie sich denn getragen oder tragen lassen die weste sehr gut leicht wirklich leicht man spürt sie kaum wenn man so ohne tona trägt ganz toll finde ich den armausschnitt weil dann doch die bewegungsfreiheit gegeben ist auch unter der bikerjacke was der extrem wichtig ist toll ist dass bis oben hin verschließbar ist das heißt der ganze halsbereich ist hier wirklich komplett zu da kommt auch nichts durch perfekt gelöst toll dass ich sie unterschiedlich schalten kann die bereiche beziehungsweise auch wenn ich es in einem bereich gar nicht haben möchte wie im rücken dass es komplett ausschalten genau habe ich noch vergessen zu sagen ja super das ist natürlich richtig richtig toll also sehr angenehm zu tragen ich möchte sie nicht mehr müssen in den kalten monaten bis hat drei tage gefühlt komplett gehabt auf arbeit hier im wohnzimmer auf dem bike also alles mögliche und als es ausgezogen hat war es ja immer relativ kalt wieder also wirklich gut gibt es denn auch nachteile manchmal ja als gut nachteile oder was man besser machen kann nachteile power bank die sitzt zwar super hier unten drin aber mit der zeit wenn das immer vier stunden an hast und viel stehst merkst du das gewicht der power bank von 164 gramm es zieht doch schon ein bisschen auf der einen seite ich habe jammern auf hohem niveau aber ich habe es dann tatsächlich mit der zeit gespürt so was mir noch gefallen würde wenn die beste lange ärmel hätte und selbst wenn man so als die kann man sagen im reißverschluss ab machen kann oder nicht weil dann ersetzt sie wirklich dein innenfutter von der bikerjacke komplett also das wäre schon was was ich mir bei dieser jacke noch wünschen würde gut das sind ja wirklich nicht viele nachteile also um das ganze dann noch mal zu übernehmen also die beste ist wirklich top leute auch hier bestellen könnt ihr sie direkt in der video beschreibung wenn ihr möchtet ja entweder direkt bei chemimoto oder eben über amazon also wer die beste mag nicht ganz günstig mit knapp 100 euro das ist korrekt aber man hat wirklich ein super mehrwert ja was ich noch vergessen hat bei vorteile die heizplatten hier drin aus carbonfaser sind sehr flexibel ja also und dadurch auch ganz dünn man spürt die eigentlich nicht dass da irgendwas störendes auf aufliegt ja und das fand ich auch richtig richtig toll also ich würde sagen die beste kriegt von uns note 1 1 ohne spaß wirklich top und wir gehen demnächst auf ice beatway und ich würde sagen oder ich bin mir sicher bis für die beste ganz sicher anziehen also kemi moto top produkt sie rollt schon und jetzt kommt sie gleich in die tasche ich hoffe ihr hattet spaß konnte etwas mitnehmen und schaut doch beim nächsten video wieder rein wenn es heißt hier ist euer leimend bis und unser leitspruch immer oben bleiben